Ja, mein Vater war ja sehr klein, der war ja, glaube ich, bloß 1,68. Aber sehr lebendig irgendwie, sehr dynamisch, sehr, sehr, ja, auch sehr schnell in Bewegungen und so. Er lief, konnte auch sehr schnell laufen, er ist ja sehr viel gelaufen. Ich bin oft mit ihm spazieren gegangen, auf die Höhe im Wald, da ist er natürlich sehr langsam gegangen. Man hat sich alles sehr genau betrachtet, aber geredet hat er dabei auch kein Wort, wenn irgendwas Besonderes war oder wenn man ihn gefragt hat, meistens geschwiegen, war irgendwie doch ein Schweiger. Er hat sich nur einfach so die Eindrücke in sich aufgenommen. Und da sind dann auch verschiedene Bilder entstanden, ich habe da auch so Pastelle aus der Zeit. Ja, ganz verschieden, wenn er sehr ruhig, entweder er saß noch im Sessel und rauchte und las Bücher, Zeitungen, oder bis zu dem Moment, wo getanzt wurde, dann war er auch ganz lebendig und zappelte da, Charleston, und wirklich sehr, sehr gut. Ja, der hatte natürlich immer sein eigenes Atelier, schon in Randegg, nach 1933 hatte er da sein eigenes Atelier, in einem Turm, wo die ersten Landschaftsbilder entstanden. Nach dem Umzug nach Hemmlofen wurde ja eigens ein Atelier für ihn gebaut, sehr hohe Räume, mit einem Fenster nach Osten. Und dort ist er dann eben morgens immer hingegangen und hat gemalt. Man konnte ihn da ruhig besuchen, das hat ihn überhaupt gar nicht gestört, wenn man da reinkam. Dann hat er eben da Farbe gerieben. Es war immer interessant, was da passiert. Im Atelier war ja auch sein Schreibtisch, wo er immer Briefe geschrieben hat und so. Das war unwahrscheinlich. Er ging ja jeden Morgen auf die Post und hat die Post geholt, hat die Briefe dann sofort beantwortet. Also bewundernswert. Die lagen nicht erst rum, tagelang, sondern hat die sofort beantwortet und da ließ er sich nicht so gern stören beim Brief beschreiben. Und sonst saß er oft auch vor den Bildern, hat gar nicht gemalt, hat sie nur angeschaut. Meist nachmittags. Vormittags war die Arbeitszeit, wo er praktisch gearbeitet hat. Nachmittags hat er sie oft nur angeschaut und saß da im Sessel vor den Bildern. Und ja, ich nehme an, dass er sich da so überlegt hat, was noch zu verbessern sei oder so. Vielleicht kam da auch manch neue Ideen. Er hing unheimlich an seinen Bildern. Meine Bilder, hat er immer gesagt. Und er hat ja auch verschiedene zurückgekauft wieder, die irgendwo auftauchten in Amerika. Da tauchen ja immer wieder Bilder auf, die als verschollen gegolten haben. Vor allem hat er geschimpft auf die Nazis und so. Aber nicht irgendwie sich an sich politisch. Es war ein unpolitischer Mensch, der hat sich nicht eingemischt in die Politik. Wie mein Vater eingezogen wurde, das war, glaube ich, für ihn schlimmer als der Erste Weltkrieg. Es gibt ja auch die Bilder dann, diese Selbstporträts aus der Gefangenschaft und so. Und er war auch irgendwie, wie er zurückkam, war total deprimiert und verbiestert. Also irgendwie muss ich ihn das total mitgenommen haben. Ich weiß nicht, was er da erlebt hat in der Gefangenschaft. Aber er war ja abkommandiert worden, erst mal zum Minensuchen. Da hat er allerdings genau erzählt, wie man das macht. Aber das ist ja auch, das ist ja nichts passiert. Aber vielleicht hat er eben dann doch Angst gehabt. Er hat ja eine wahnsinnige Angst vor dem Tod. Er hat er schon immer gehabt, obwohl er da im Ersten Weltkrieg die Granaten um ihn pfiffen. Und wie er erzählte, er guckt da mal so über den Schützengraben raus. Und plötzlich fällt neben ihm einer um und er kriegt einen Splitter in den Hals. Aber das war bloß so ein kleines Splitterchen, das steckte dann hier wahrscheinlich nicht. Aber immerhin war er ja mehrmals verwundet worden im Krieg. Aber irgendwie war das nicht so schlimm, wie im Zweiten Weltkrieg, das ihn wirklich ganz furchtbar mitgenommen hat. Er hat immer gesagt, was mir von meinem Tod passiert, ist mir wurscht. Aber es ging ja gar nicht nur um ihn, es ging ja eigentlich auch um die Bilder. Und das war vielleicht auch der Grund, dass das alles so anders gelaufen ist, als es eigentlich hätte laufen können. Das Haus hätte ja gleich in ein Museum übergehen können mit allen Bildern und allem, wenn der das vorher bestimmt hätte, wie andere Maler. Ich weiß nicht, Arnoldo oder wer hat das ja alles vorausgeplant in seinem Testament, wie das alles werden soll. Das hätte er ja machen können, aber der wollte überhaupt nichts wissen von Tod und von Sterben.